Die Zauberflöte in welchen verschiedenen Rollen mir selber das Stück immer wieder begegnet. Ich habe es, als ich Schüler war, selber als Statist aufgespielt. In der Zauberflöte später war ich in einem Chor, da habe ich es im Chor gesungen. Zwischenzeitlich habe ich es als Regisseur sogar schon selber inszeniert, das Stück. Jetzt bin ich hier in beratender Tätigkeit zu Gange dafür und habe also hier wieder eine andere Perspektive auf ein anderes künstlerisches Konzept von zwei Tonnen Regisseuren, was immer wieder spannend ist. Also die Zauberflöte gehört zu meinem Leben dazu.